Aigners Universum. Kolumne aus den unendlichen Weiten der Wissenschaft. Ich kann mich noch genau an das leicht angeekelte Gruseln erinnern, das ich als Volksschulchen spürte, als mir jemand die Geschichte von den geteilten Regenwürmern erzählte. Wenn man einen Regenwurm in der Mitte in zwei Teile trennt, so erklärte man mir, dann leben beide Teile als zwei völlig funktionsfähige Regenwürmer weiter. Das hat mich damals sehr beschäftigt. Tut man dann dem Regenwurm etwas Gutes, wenn man ihn mit dem Spaten auseinandersticht? Werden die beiden Regenwurmteile dann Freunde oder fangen sie eventuell an zu streiten? Die Geschichte von der wundersamen Regenwurmvermehrung durch Zerstückeln ist sehr verbreitet, aber wahr ist sie nicht. Der Regenwurm kann nach so einem Vorfall zwar tatsächlich weiterleben, allerdings nur der vordere Teil. Regenwürmer sind aus kurzen, zylinderförmigen Segmenten aufgebaut. Die Zahl dieser Segmente ist nicht bei allen Würmern gleich, ein ausgewachsener Regenwurm kommt auf etwa 160. Ganz vorne befindet sich die Mundöffnung, die direkt in den Darm führt. Auch die Ganglien, die zentralen Nervenzentren des Regenwurms, findet man in den vorderen Segmenten. Die Geschlechtsorgane sind knapp dahinter, auch noch eher im vorderen Bereich des Tieres. Ganz hinten schließlich geht der Darm in ein Ausscheidungsorgan über. Werden nun die hinteren Segmente abgetrennt, können sie tatsächlich neu gebildet werden. Der vordere Teil des Regenwurms lässt sich ein neues Ausscheidungsorgan wachsen und lebt ganz normal weiter. Das nutzen Regenwürmer manchmal sogar aus, wenn sie in Gefahr sind. Erwischt sie ein Fressfeind im hinteren Bereich, können sie einen Teil ihres Körpers abschnüren und dem Räuber überlassen. Der vordere Teil bringt sich währenddessen in Sicherheit. Umgekehrt funktioniert das aber nicht. Der hintere Teil des Wurms schafft es nicht, die vorderen Segmente mit Geschlechtsorganen, Ganglien und Mundöffnung neu wachsen zu lassen. Vielleicht zucken die hinteren Segmente nach der Zerteilung noch eine Weile und wirken dadurch ziemlich lebendig, aber überleben können sie nicht. Das bedeutet, auch wenn man im Garten gerne möglichst viele Regenwürmer hätte, weil sie den Boden auflockern und düngen, durch mutwilliges Zerteilen der Tiere erhöht man ihre Zahlen nicht. Es kann sogar gefährlich sein, denn die Wunde kann sich infizieren, dann lebt auch der vordere Teil des Wurmes nicht mehr lange. Es gibt allerdings auch Würmer, bei denen der Zerteilungstrick tatsächlich funktioniert, zum Beispiel Dugesia, ein ganz simples Lebewesen. Dugesia ist ein Strudelwurm mit einer Länge von etwa zweieinhalb Zentimetern und lebt im Wasser. Dieser Wurm hat eine große Zahl sogenannter Neoplasten, das sind Stammzellen, die bei einer Verletzung sehr schnell einen Wundverschluss herbeiführen und sich dann in unterschiedliche Gewebetypen entwickeln können. Dugesia lässt sich tatsächlich in viele kleine Teile zerschnibbeln und jeder Teil wächst wieder zu einer vollständigen Dugesia heran. Vielleicht kann man ganz froh sein, dass das bei uns Menschen nicht so ist. Nach jedem Fingernägel schneiden müsste man sonst wieder ausverhandeln, wem nun die Wohnung gehört. Das klingt anstrengend. Dann nehme ich lieber meine eingeschränkte Regenerationsfähigkeit in Kauf.